Sooo und damit hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer Grün. Ähm diesmal ohne Magic, äh Mr. Traitor. Da ist dem Prinzip Raubi, dass es nicht mehr depressiv ist. Genau, aber wir haben immer noch unser geiles Schneepieker, ja? Ja, das ist echt ehrlich. Alleiner braucht mich, warum nur Schneepieker und Schiller? Okay, ich weiß nicht wohin wir mussten, ich geh nach oben. Ähm wir waren in dem Gebäude drin, ne? Genau. Hatten wir den Gegner schon besiegt oder hatte der uns besiegt? Ja, hatten wir schon besiegt. Dann waren wir in der Höhle. Weißt du, dass der uns ganz auch... Und in der Höhle? Wurden wir in der Höhle besiegt? Dann haben wir Schneepieker schon. Ja, aber was war am Ende der Höhle? Da sind wir ja hier wieder rausgekommen, genau. Geh nochmal in das Gebäude da. In das dicke, fette. Genau in das da. Oder sprech den Penner da an. Der ist von dem Bock. Oh guck, die haben gerade rumgemacht. Ja. Sie war da, sie war es. Sie ist einfach hier eingebrochen und hat uns mit ihrem Pokémon angegriffen. Komm mit! Du bist verhaftet wegen Ausfriedensbrochen. Äh! Äh! BTF! Deswegen hab ich gewartet. Okay, jetzt sind wir die Verbrecher. Wir haben die auch... Egal. Ja, okay. Eigentlich sind wir echt eingebrochen. Wir können es mal sehen. Äh! Du kommst hier ja nicht rein! Oder raus! Rein? Nein, das muss Sprainer machen. Ja. Egal. Äh! Reine in mein Arschloch! Oh, da steht so! Schuhe an der Arsch! Hoben der Arsch! Gesicht Arsch! Äh! Alles Arsch! Kommst hier nicht rein! Guckst hier nicht rein! Guckst hier nicht rein! Guckst hier nicht rein! Äh! Raus! Ich rein in die Freiheit! Also bleibst du raus! Da ist es! Da ist es! In meinem Kopf! Ja! Scheiße, ne? Vielleicht! Ist das mal? Oh, Schalock! Oh, geil, ey! Wissen wir das jetzt richtig? Ja! Äh! Okay! Okay, Schalock hat auch... Oh, guck mal! Achso, es ist automatisch rausgegangen. Ja, die Strasse! Genau, mit Leertaste kannst du ja sprinten. Da war ja was. Ich glaube, das ist die Musik aus Pogon Colosseum. Ja! Aus der... Oh, nein! Ja, geil! Ich habe den Namen der Stadt vergessen. Da liegt ein Pokéball! Sammeln erst ein Pokéball! Das war diese komische Milch! Das ist doch auch gar nicht wahr! Ziemlich ähnlich, ey! Oh Gott! Die Polizisten sind auch noch Idioten! Hammergeil! Das ist so gut! Vor einem Surfer! Weiter für den Vor einem Surfer! So rum! Das muss Pikachu! Oh, das kommt jetzt! Nee, du darfst ja nicht einfach Sachen nehmen! Du kleiner Dief! Sonst komm ich nicht runter! Oh! Das war er, ne? Näh! Mein Glück! Okay! Die Polizisten sind alle Idioten. Das ist ja, fang er noch ziemlich ähnlich. Immer noch. Und ganz viel Punkt. Ja. Wir kommen mit Polizei in Hauptquartier! Oder keine Ahnung! Schon da? HQ-Hauptquartier! Geht's hier noch an, ne? Sag mal, er geht nicht gegen die Ehre von Team Rock, Schocken, bestocken zu werden, ne? Ach was, seine Menschen sind bestärklich. Er sagt auch schon die Biene zur Bespe. Oh, das ist nach vorne, Mike, aber egal. Egal, ey. Alles in Palo? Oh, ich steck in die Ehre, weee. Alter, komm, wirst du hier noch reinklicken. Keine Ahnung, ich hab nicht Ende gemacht. Ne, ne? Uah, ein bisschen verständigt, das ist von mir. Uah, zweitest du. 21 ist nur die halbe Wahrheit, ja. Ja, okay. Das ist echt gut. Nicht schlecht. Port-Procent. Überhaupt nicht. Okay, ich geh nach oben, alles klar. Leuchtturm, Leuchtturm. Vielleicht ist da ein anderes Trend. Leuchtturm, zu dritt verhoben. Harter Scheiß. Okay, wir brauchen einen Surfer. Boah, können wir Schlock beibringen, ja? Das wäre da verheftig. Wir müssen das Pikachu beibringen. Pikachu muss das auch lernen. Ist ja verheftig. Ne, das ist ein Schneepikatsch. Ne, das ist ein Schneepika. Scheiß, die beiden dran. Ah, was soll weg? Was soll jetzt weg? Boah. Blubber. Der Blubber ist die mächtigste Attacke gewinnt, ja? Und ein Tentacher. Egal, wir haben einen Schneepika mit Donnerblitz, ja? Außerdem ist es ein normales Tentacher. Das ist voll langweilig. Ja, aber wir müssen nicht so ein Tentachas grad so eine Schwimmer rennen. Oh Gott. Das kommt noch, keine Sorge. Achso, da freu ich mich schon. Oder vielleicht... Weil hier keine Schwimmer unterwegs sind. Die wissen, dass da die Tentachas Pellers und Kicher sind. Aber vielleicht ist es ein Kaiba mehr. Ne, 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 ne. Der sofort Eintracht hat. Oh, ich wollte nicht ernst. Und dann, das ist nicht. Sehr effektiv. Du, 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 du... Jetzt aber diese geile Mucke weg. Du, 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 du. Aber hier ist aber super. Und da ist ein Typ, der darum steht. Das ist ein Polizeiaufquartier, da hast du die Mucke aus Pokémon-Konestellung. We can! Sehr schön, da ein Billy-Eber. Drei Billy-Eber. Drei Billy-Eber, das ist keine Nazi-Loft, lohnt sich also. Jetzt haben wir vier Billy-Eber. Haben wir Gegendips? Ich glaube ich habe mal alles gekauft, ich habe vier Steppen. Ich habe einmal alles gekauft, ein bisschen. Auf Wiedersehen! Willkommen! Mann! Auf Wiedersehen! Ja, das ist ein bisschen nervig, weil die Lauftaste ist gleichzeitig auch noch Enter. Wow, Brett! Ach so. Okay, in dem Gebäude sind doch tolle Sachen. Bestimmt! Die Oma, Pia, dein Einsatz! Mein Enkel ist Tränen! Martha ist wieder da! Okay. Na, wie du sitzt mit der Pokémon! Na, wie du! Wenn sie das Pokémon-Teil haben! Na, wie du! Das hör ich mir auf, aber ich wollte das nicht mehr auf so. Michael, du wirst immer anhören jetzt. Wie geil, das ist ein Pokémon. Da ist die Bestrafung dafür. Michael, für den Pokéball! Ja, das war auch ein Pokémon. Wenn Leute, die mit alten Frauen sprechen, die ich dann immer lebe. Das ist ein Junge. Oh, Pokémon-Feller. Sehr schön. Das ist ein Center für Pokémon. Na, was sagt der Herr Schöne? Wie jeder Pandora-Lübe! Das ist ein Pokémon! Sie sind von so hoch runter, also schwerer als ich. Na, eigentlich bin ich schwerer am Tag. Das ist echt toll für das Selbstbewusstsein, zu wissen, dass es noch schlimmer geht. Oh, seit wann ist Rihorn rund? Tja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich bin extra den ganzen Weg durch Mount Kesmi gegangen, nur um gegen den Arenaleiter zu kämpfen. Doch jetzt ist er nicht da! Unten ist ein Stock aus dem Arsch. Und der kommt gleich. Achso, das ist gut. Oh, die Musik kennt auch jedes Kind, oder? Ne, ich kann das nicht. Was war das? Das ist auch eine andere Variante. So, was haben wir hier für eine Butze? Irgendein komischer Typ. Trollhack! Alles? Ja, okay. Alles was von Tag zu Tag schwere. Ich auch! Oh, ich bin fett, sag! Wir kriegen es auch immer hin, dass das Wetter Nummer 2 anfangen. Dann machen wir einfach so eine Reihenfolge. Colin ist jetzt als nächstes. Das bist du. Äh, quasi, Colin! Die setzen vor Feuer schicken. Warte dir das Scheiß mit der Reihenfolge. Sie wollen immer nur unser Bestes, oder? Das kriegen sie nicht. Aber das kriegen wir nicht. Aber das kriegen wir nicht. Ja, die Reihenfolge ist blöd. Machen wir einfach spontan. Okay. Ich finde es irgendwie beunruhigend, in der Nähe des Polizeireinstiels zu wohnen. Was, wenn eines Tages ein Verbrecher von Norda ausbricht? Oh, wenn du wüsstest. Was meinst du damit? Oh, ich bin von den Verbrechern verbräutigt. Okay, das steht da nicht. Okay, wir haben gesagt, wir sind nicht ausgebrochen. Oh. Oh, ein kleines Kind. Ich träume mich heute an. Der liegt doch. Hallo. Lass mich in Ruhe. Hier bleibt kein Pokémon. Warum geht's dir einfach Fernseher weg? Guckst du einfach nicht, was ich da fahre? Na und hier, Fernsehen, das Radio hat piep. Fernsehfaul, das Radio hat piep. Jetzt gibt's kein Fernseher mehr. Nie wieder Fernsehen. Ich schau dir mal aus. Verdammt, ich kann nicht schauen. So, das haben die gesehen. Schaut doch immer zu meinen Säckchen neben den Fernseher. Das ist voll, das bildet sich eine Kinder. Ja, sie schauen Fernseher. Port Croissant Etablissement. Was wird's dir egal? What the hell? Pass doch auf, Mann. Ich weiß nicht, wer das war. Aber pass doch auf! Äh, äh, lass kurz mal da! Äh, nein. Tss, tsss. Ok, wo waren die da drin? Das ist ja voller Puff, hier. Willi, ja, wir haben ja nichts zu suchen, Mann. Tschüss. Das ist, glaub ich, ehrlich, ein Puff. Ja, geil. ja das ist so hier war es ist mir schon mal über die mutter bescheid ja sein pokémon du musst unbedingt helfen hast gar nicht mit langen geht mir auf die nerven ständig verfolgt sie mich kannst du nicht mal kannst du dich nicht mal um sie kümmern warum fragt frage ich überhaupt natürlich willst du beziehungsweise ich will dass du willst in der diskussion so geil jetzt haben wir hast du als pokémon das beteiligt wird dort ist sie das ist alle ich hab sie schnell schnappt sie bevor sie mit ihrem schluck davon fliegt das ist schon ein zauber schluck das ist ein zauber schluck schnell in deck auf verstecken ich bin eben schlimm ist egal wo ist schupe ich brauche kurz in Hilfe versuchst du den Kopf zu halten na wie wohl geh nochmal runter du wird jetzt auch nicht gerapet das macht er für dich hey sie hat sich voll verschollt weil er guckt gerade durchs fenster in den markt rein ist heftig entspannen voll die man in die arena was haben wir da schon lassen das war knapp entschuldige ich hätte besser aufpassen müssen willst du zum arena leiter er ist momentan nicht da aber vielleicht kann ich dir helfen das ist wichtig das ist wichtig das ist okay gehen wir einfach weiter oben und lassen die bekiffte stadt zurück da 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 das ist nur ein stein hast du wegen seiner auffälligen lage ein item erwartet tja pech gehört da ist es jetzt der muss es jetzt sein direkt da drüber verdammt okay auf jeden fall haben wir wieder getrollt hier mount casim Toll. Oh, so wenig schlecht. Hätte es nicht bei den Schallwerfer... Fählen wir nur. Du bist so beide glücklich. Du bist ein Schallwerfer bedient. Das kann ich nur sagen, dass du nicht möchtest, und du mal ein Chorsche machen soll. Okay. Wo ist der Typ, den in den Schallwerfer bedient? Keine Ahnung. Da drin? Ja, das ist total. Weile gewinnen! 2x Supertrank. Groß südlich. Boah, super. Das war ja klar. Donnerpitz schockt sie. Ich bin dreckig. Initiative sinkt noch von zu weit. Es ist schon tot, aber es ist eine Klammer. Es ist langsam gestorben. Bist du eine Scheibe vor der Tür? Nein, wir haben dir allein das Wetter nicht überhaupt gestürzt. Natürlich ist da ein Scheinwerfer. Oh Mann! Ich kann das nicht. So kann ich nicht von den Polizisten fliegen. Was ist das? Wieso nicht? Ich mach einfach keinen Kreiskreiser. Das ist doch der wirklich. Speck normal. Wo ist ohne Hand das beschissen? Wie kann ich nicht? Okay, dann muss ich gleich noch größer sein. Noch größer, komm. Wie kann ich nicht sein? Wie kann ich nicht mehr? Geil. Ist das aber noch nicht genug? Ich dachte. Ja, das bin ich. Ja, geil. Ja. Aber ich hab jetzt nicht mehr vermisst. Nein, das war geil. Wer ist der Beste? Mach mal nein. Ja. 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 Initiative von Kleinstein-Senk. Hey Pikachu hat ihn damit voll fertig gemacht. Ja, das ist so eine Brainfeldung. Ja. Gegen Rokos. Ja, genau. Vielleicht kommt die an Rokos Kleinstein. Das muss doch auch der Gigant, will ich sagen. Oder Rokos Onyx. Da muss aber erstmal ein bisschen Wasser rauf. Ja, das ist so schlimm. Boah, wie steig ich überlegen. Wie stärker haben wir, ne? Ja, haben wir. Musstest du ansprechen, immer. Genau. Welchen Weg wird er wohl gehen? Durch welche Tür wird er wohl gehen? Das ist ja ja nicht zu wenig. Aber ist schon machbar. Boah, ist nicht so schwer, ne? Jetzt musst du noch mal zum Bescheiden. Ja, der will mich ja nicht durch die Höhle tragen. Du bist voll fertig. Ehrlich, Mann, man. Wir können doch mal ein bisschen was nützliches machen. Ich meine, dann könnte er Maike anfassen. Ja, ey, voll der dumme Schieper, ey. Ja, uff. Er ist mit einem Scheidenschutz. Du solltest ihn noch mal ansprechen. Ja, aber er ist gerne mit seinen Lampen alleine. Ach so. Das macht nur ein echtes Kuchen, Papa. Er saugt auch gerne drange täglich Staub. In seinem Zimmer. Ja. Was haben wir noch für Pokémon? Genau. Raupi und Taupsi. Ein depressives Raupi. Trainiere ich mal schwirrt ein bisschen. Rockiges Taupsi. Ja, Surferanzug. Bam, genau. Surfer. Rape mir eh alles. Wow, ein Pokémon Trainer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass diese Felsen wieder an ihrem Ausgangspunkt sind? Wenn du die Leiter benutzt? Ich bin derjenige, der sie wieder zurückschiebt. Du solltest es mir danken. Also doch kein Fleckmon, sondern der Typ da. Okay. Boah, er kriegt gleich deinen Kampf. Scheiße. Vielleicht hat er ein interessives Kleinstein. Na, er hat dann aber nur normale. Das ist ja genauso wie das da. Ne, Aquatale reicht. Du willst keinen Karpengeschützer auffahren? Ne, ich bin freundlich. Vielleicht kommt der ja gleich. Was schickt der einen Kampf auf? Egal. Einen Zubat. Aber geil. Okay, da muss ich harte Geschütze auffahren. Das ist ja auch ein Zubat. Ja, ich meine, sonst hättest du mich ganz schön gevögelt. Und noch ein Kleinscheib. Yeah. Das ist nicht irgendein Kleinscheib. Ja, das hat ein zweifacher Dientier. Ja. Da rede ich so, Juuu. Ja, aber jetzt hat er schon danach geschrien. So, Juuu. Das ist verdammt anstrengend. Weißt du das? Na, Bart. Na, Bart. Ja. Wann? 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 Ja, aber müssen wir überhaupt noch welche Pokémon fangen? Wenn wir ein cooles finden, dann fangen wir. Ja. Okay. Ja, aber ein Kleinscheib ist jetzt nicht so. Das ist außerdem Level 7, ja. Das ist cool. Ja. Das ist cool. Von nur diejenigen mit einem anderen Design. Ja. Echt? Den Stein willst du verschieben? Wollt er wirklich? Geil, ey. Ah. Yeah. Komm, das lassen wir eigentlich. Level 11. Ah. Das hättest du raus. 12, ja. Ein Hitler, ja. Ein Einleger. Ja, das hättest du eigentlich. Ah. Ich weiß nicht genau, wie das hier ist. Schauen Sie es hier. Oder so läuft. Ja. Das sieht doch total aus. Dann gucken wir gleich mal alles. Nein, Schill ist ausgebrochen. Du lässt mich verarschen. Ja. Du hättest auch Tackle machen können. Das schreckt sogar kann man klar. Ich wollte eigentlich nur einen Pokéball machen. Aber der geht automatisch immer nach oben. Guck's doch. Guck, 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 guck. Oha. Yeah. Okay, das ist ganz klar. Yeah. Okay, einmal geht noch. Kleinstein, ja. Es sagt, yeah. Ich komme nicht. Aber es ist noch nicht ein Naions. Nein, das kann ich nicht sagen. Komm, diesmal will es da rein. Naions würden wir auch nicht fangen. Das würden wir einfach knechten mit einem Surfer. Und wenn es am Boden liegt und am Verrecken ist, würden wir noch mal Surfer einsetzen. Genau. Bis der Kleine bleibt. Und ich wette, das ist Kleinstein. Ist immer noch so episch. Oh. Oh, das ist noch mal so eine riese Hackfresse. Ab sofort wird es nicht mehr trainiert. Es ist nur noch Scheiße. Ja, kommt. Es guckt so, ob es schlecht geschissen hätte. Es hat schlecht geschissen. Oh, es muss noch wehtun. Es ist Steinbreche. Oh. Kannst ja Steine essen und dann. Der Erdfresser. Ja. Erdfresser. Jawohl. Ne, der Erdfresser ist nicht geil. Ne. Der ist irgendwie ziemlich eklig. Alles gleich. Mach's befallen. Das Problem ist gerade, dass man echt wenig sieht. Das Problem ist... Aber ist doch alles ganz einfach. Ich habe mich damit jetzt überhaupt nicht beschäftigt gerade. Auch verlässlich darauf, dass ich das löse. Ja. So, aber jetzt drehst du jetzt Lösung. Verdammt. Ich wollte eigentlich nicht wieder was oben. Rätsel erst in der nächsten Folge rufen. Achso. Da kannst du einmal im Kreis laufen. Oh. Lösen wir das Rätsel in der nächsten Folge. Ich stelle mich nur noch von den letzten Steinen hin. Ja. Okay. Bäh. Meinst du willst hier so einen Cliff rein einbauen? Schaffen wir es denn auch, das zu lösen? Oha. Schwierige Frage. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.